Vor einer Billion, Milliarden, Milliarden, Tausend, äh, es war ziemlich lange her, startete der YouTuber Superbody seinen Kanal. League of Legends sollte der Content sein. Und über Ionen hielt dieser unglaublich fantastische Content mit League of Legends an, bis Superbody zu PUBG wechselte. Doch heute soll es Zeit sein, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Heute ist der Tag. Oh, lol, was ist denn? Auto, die sind so wunderschön. Dankeschön, Ben. Kein Problem. Was? 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 Ich will seit drei Monaten das erste Mal League aufnehmen und Early Boy schreit erst mal komplett rum. Und in dem Sinne, liebe Freunde, ich glaube, das ist eine gute Einstellung. Ja, willkommen zu einer neuen Runde League. Und willkommen zu, ich weiß nicht, wie ich das Format nennen werde, aber ich werde jetzt wahrscheinlich wieder einmal die Woche League bringen, einfach um die Leute so ein bisschen zum Kommen zu bringen. Ich halte die Klappe. Ich halte die Klappe, weil ich eine Ansage mache. Bitte lass das. Dann denken die Leute wirklich, wir können was. Wie macht ihr das nochmal? Steuerung, sechs. Das ist die Meisterschaft noch nicht freigeschaltet. Mit deinem Kuh zum Beispiel? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, er hat es wirklich geschafft. Das Problem ist, ich habe bei diesem Champgrad null Ahnung, bei diesem Skingrad null Ahnung. Wollt ihr engagen gleich? Wollt ihr engagen gleich? Ja. Jetzt seid engaged, jetzt, 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 jetzt. Go, go. Den kriege ich. Pass auf, Goldfreak, geh weg. Ich habe erst einen 4 in Heal, ich habe erst einen 4 in Heal, 2. Komm her, komm her, komm her. Heal, tötet es. Ich muss ihn retten. Ja, er muss ihn retten, er war nur geknallt drauf, er wäre sonst verreckt. Hat es gebabbelt. Pass auf, kommst du zurück? Engage oben, engage oben, Caitlyn, nach oben, nach oben. Auf Blitz. Okay. Flash ist raus, Flash ist raus. Oh. Entschuldigung, möchte der nicht hin? Alles gut. Lass den Drag machen, oben ist der Jungler. Lass den Drag. Die sind gesche... Oben wird, der wird halt totgeklankt. Gut. Wir müssen jetzt eigentlich erstmal back, weil ich habe keinen Mana mehr. Warum kein Dingens? Warum kein Ruderns Wirbelsturm? Weil du das auf jeden Fall nicht mehr baust. Oh nicht. Weil irgendwas irgendwas ist. BAM! Ich bin da viel schöner, mehrere Gegner-Deightseid-Treffen. Ja, du baust den aber nicht mehr. Ja, das ist total dumm. Kannst du auch machen, das ist einfach schwächer. Kauf schneller und beweg dich schneller. Du verlierst so viel Zeug, weil du zu lang brauchst. Was? Was? Der hat ein Pink-Watt da, Pink-Watt. Geht da hin, ich komme. Das muss du machen. Oh wow. Ah, das hat Guck mal nicht gesehen. Ja, oben ist der Dings. Ich mache den Fast-Blatt-Tower, kann ich mehr kommen. Ja, mach. Äh, Gangbang möchte wahrscheinlich zu mir kommen. Ich liebe Caitlin, ne? Den Skin, den ich gerade habe. Ja. Friedeck, der Skin ist voll Kacke in Gelb, sagte Carina. Er wird meinen Ward clearen. Ja, ich habe direkt einen neuen Control-Ward dafür. Ich habe, kannste lassen. Okay, wir haben aber Fast-Blatt-Tower bekommen. Oh, oh. Guck mal, komm. Wo kommt der? Hier war der gerade. Ey, ey, warte, Kha'zix ist tot. Wir können den Inferno-Drag nehmen mit Smite. Ja, ja. Guck mal, ist aber hier. Ja, dann soll der kommen. Jetzt, go. Bin da, bin da, bin da, bin da. Und jetzt, 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 jetzt. Ja. Nicht geworden. Wundervoll gemacht. Sehr geil, zwei Infernals. Das ist, also. Kannste Farm gehen. Fantastico. Du musst ein bisschen Farm aufholen bei Wraith. Nee, ich liebe dieses Ge- Oh, der Tau, der Tau. Ja, ich habe den da weggezimmert. Als ihr da Spaß gehabt habt. Du Wegzimmerer, du. Oh, ich zimmer. Du warst voll verwehrt. Edit mich auf Tinder. Wow. Okay, gut. Weil die erstmal eine Sekunde liegen muss, bevor die zuschauen kann. Die lag. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Go, go. Hab ich. Raus aus der Hole. Ich habe gerade keinen. Und er ist Kha'zix. Ich kann dich nicht retten. Ich bin down. Glaube ich. Hab ich auch. Okay. Warte. War willkommen. Ist der nebengegangen. Es tut mir leid. Was? Ich bin ein Gott. Ich bin ein Gott. Tut mir leid. Boah, wir können uns jetzt alles leisten. Die Welt gehört uns. Wir gehen vom Tower weg. Geh vom Tower weg. Geh vom Tower weg. Geh vom Tower weg. Geh vom Tower weg. Wenn du die schaffst. Ich kann als erstes ran. Ich bin mittlerweile seit... Okay, jetzt ran. Ja. Ist geslaut. Easy. Ah, hinter euch hier. Der bewegt euch irgendwie gar nicht mehr. Triple kill. Äh, nur noch Garen ist oben. Wir gehen aber Mitte weiter durch. Ja. Aber funktioniert doch. Das ist wie ein Spiel, das aus 90% Salz besteht. Ja, aber das ist ja wie PUBG. Okay. Mehr konnte ich nicht mehr machen, außer den zu retten. Bin raus. In Mana. Achtung. Early ist nicht bei Young. Egal. Hat sich trotzdem noch gelohnt. Alles Gudi. Dings hat keine Ultime mehr, ne? Gangbang. Gangbang, ja. Gangbang ist oben. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Mein First Kill. Juhu. Du Tier. Mensch, Öli. Du kleine Giraffe. Du. Du wolltest wohl schwimmen. Oh, fuck. Ach, der ging ein bisschen daneben. Aber alles Gute. Alles Gute. Hab dich. Es funktioniert doch noch. Schön. Tanky. 20 Kills. Ich werde nochmal anmerken, ich habe noch nicht ein einziges Fall in meiner Ultime noch. Gut gemacht, Öli. Und hier. Und hier. Und hier. Wie ihr schafft es? Moment, Moment, Moment. Ich bin gerade weg, weil ich nicht mehr verfassene Fälle. Ich habe da was vor. Lieber was vor. Kacke her. Nein. Ich wollte doch den Kogma haben. Liebe Freunde, das war es. Das war doch ein schönes Ründchen. Angenehmes Ding. Danke fürs Carrying, Öli. Krasses Game. Der Schaden ist gegeben. Weil es viel Intellent ist. Boah, Carina, wir sind die beste Bottle in der ganzen Welt, habe ich gehört. Die EU, ne? Weil, warum? Das ist heute voll witzig. Warum hat ihr Auto-Attack mehr Schaden gemacht als meine Kuh? Weil deine Kuh am Anfang kein Damage macht. Weil deine Kuh auf die Weide gehört. Hihi. Witzig. Oh mein Gott. Gibt ihr froh einen YouTube-Kanal? Boom. Hast du gesehen, Carina? Ja, hab ich gesehen, Mensch. Schreif doch mal wieder anders an, Mann! 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 Ist das nicht irgendwie so, als ob ich mit Custardin rumheulen würde, dass ich vor Level 6 nichts machen kann? Schreif doch mal wieder anders an, Mann! Oh, okay. Und du dann losläufst! Oh, 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 Carina! Nicht mehr raus, du hast keine Torx-Gruhe! Schreif doch mal wieder raus! Lass, 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 lass! Ich treffe nicht zählen, doch keine Möglichkeit! Ich hab ihn! Der ist sowas von tot. Ich hab viel. Go. Lass, 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 lass. Oh mein Gott. Hast du ein Flash-Bubble oder sowas? Ein Flash, ja. Aber er läuft halt super. Merkwürde Schwung, denkst du. Alles gut. Und hat geklappt. Schön, Max. Ganz toll. Wo hast du das gelernt? Ich habe gelernt, Kuh zu drücken bei meiner Mami. Warte, 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 warte. Ja, das war... Kurz. Ich hatte komisch im Blick, aber ja, das war's auch. Ja. Also Spaß, Max. Das ist schon... Da war das schon ziemlich nice. Ah. Luxus-Mitte. Geh's low. Wird dich enttöten. Pass auf, das sind... Ich komm dir entgegen. Ich komm dir entgegen. Aber er geht nach oben, weil das war voll der Outplay. Läuft. Hallo Graves. Sag nur, dass du tankst. Er tankt. Naja, weil sonst im Chat wieder Eskalation ist und so. Äh? Äh, Penne? Interessiert keinen? Hä? Aber wir reden ja doch als Kumpels darüber. Ja, genau. Deswegen müssen die ja nichts dazu sagen. In dem Moment geht. Der wär so tot gewesen. Wie viel sind eins plus eins? Drei. Wisse? Vier. Lass mal Bottling gehen. Wir haben da immer noch den T1-Tower. That's free. Guck mal! What? Oh. Ähm. Entschuldigung. Wir sind ein paar... Ich muss hier mal kurz raus. See your girl in the park. That girl is a uckers. That girl is a uckers. Hünge rettet. Danke. Wenn der Tinko's quack quack quack. Leiser Bait. Human Reducking. Ein Problem war natürlich Old Land. Bin tot übrigens. Old Land. Bin nicht tot übrigens. Nein! Habt ihr wohl? Bin gleich der Bedeutung. Oli. Unlucky. Oh, meine Fresse, ey. Warte mal. Oli, ähm, darf ich dir kurz einen kleinen Tipp geben? Nice. Oli, komm. Sie nicht. Auf Ultim 6. Oli, du siehst so traurig aus. Was ist denn los bei dir? Er baut mal dieses Spiel. Wir haben halt Hali geändert. Nein, die haben mich geändert. Die haben mich zerstört. Wollte mal was cooles sehen. Ich muss sagen, ich finde der Kalis ist viel stärker als vorher. War ziemlich cool, Max. Hab ich mir ausgenutzt. Ja. Aber das war ein gutes Gameplay. Javan-Gameplay ist balanced. Und das ist jetzt nicht in Ernst, oder? Mach mal. Der hat keine Ulti. Mach mal Wave einfach. Wie ist die einfach auf? Was? Zum Heiligen Fick, Alter. Der hat irgendwie keinen Bock mehr. Kann das sein? Kannst du dich hier ranziehen? Oh, du kleine Lanze. Also, meine Ulti hat, glaube ich, der Lux fast Vorlauf gegeben. Ja, ja. Irgendwie so 80, 90 Prozent locker. Oh, Mann. Ich war voll auf dich konzentriert. Ich hab jetzt wohl sparen können. Lol. Lol, Alter. Die Ulti einfach. Die sieht einfach 5 Millionen Schaden an. Richtig. Oh, oh. Ah! 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 Du hast mich gekillt! Was war das für ein Flash? Das war ein Flash am Ende, oder? Jetzt sind meine Cranberries auch leer. Erli, bist du einen halben Meter nach vorne geflasht? Du hast geflasht. commit. Nein! Hat er gehielt? Alter, der hat geflasht! 1 Nichts. Ups. Ich hab irgendwie ganz schön mitnehmen gemütlich. Okay. Das war ja keine Gutholt. Was ist denn das hier vor der Tür, Carina? Was ist denn vor der Tür? Ja, der kommt immer, ich glaub es ist ein Drogenkurier, ich bin mir noch nicht so sicher, ich hab das schon eine Weile beobachtet. Ich check das mal. Hast ja die örtliche Polizei direkt. Ich check das mal, gibt's hier was umsonst? Noch nie weg, noch nie weg, noch nie weg! Geh, geh! Von weg mit dem Wiederkommen, wir haben gewonnen. Nice! Was, was, was? Nee, ich seh das nicht. Ja Leute, das war die erste Folge League of Legends seit fast einem halben Jahr. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen, wenn ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es wird jetzt jede Woche Donnerstags League of Legends geben, ich hoffe ich schaff das immer pünktlich. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Lasst mir auf jeden Fall wie gesagt einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um nichts von dieser Art der Weise zu verpassen. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video, euer Buddy.